Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tropico 5 Diesmal im Multiplayer Ich habe mir den Dommel geschafft, wir haben es ausprobiert Ob man das zusammen jetzt spielen kann, weil wo ich es alleine ausprobiert hatte Da gab es irgendwie Schwierigkeiten mit dem Server Und jetzt haben wir es hinbekommen, ich glaube wir spielen gegeneinander Und versuchen halt jetzt unser, also gegeneinander unsere Kultur aufzubauen Hier auf der wunderschönen Insel, keine Ahnung, weiß ich nicht Ich habe unbegrenztes Geld angemacht, aus dem Grund, weil ich es nur testen wollte Deswegen, ja, entweder machen wir das weiterhin zusammen oder wieder getrennt Denn ich habe ja das Tutorial jetzt abgeschlossen Und ja, müsst ihr ja sowieso von vorne anfangen Der liebe Dominik ist aber in seiner Welt viel, viel weiter, habe ich gehört Der hätte sogar den dritten Weltkrieg verhindern müssen Und damit Hallo Dominik Hallo So, dann nehmen wir mal Die Erforschung neuer Technik erlaubt es uns, unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu verbessern Und die Kette unserer Herrscher zu sprengen Forschungsgebäude benötigen ausgebildete Arbeiter, die sie möglicherweise im Ausland finden und anstellen müssen Okay Um die Gesundheit seiner Untertanen zu verbessern, hat seine Majestät ein neues Dekret erlassen Alle Bürger müssen mindestens ein Stück Obst pro Tag essen Ab sofort sind alle Kolonien zur Obstproduktion verpflichtet Wenn sie wünschen, äh, seiner Majestät, äh, was Wenn sie die Wünsche seiner Majestät erfüllen, erwartet sie eine Mandatsverlängerung und andere Belohnungen Okay Dann wollen wir erstmal eine Bibliothek bauen, aber vorher erstmal, äh Eine Straße Damit das hier ein bisschen mal Größer wird alles So, und dann wollen wir jetzt mal Äh Ich wollte hier schon was gebaut Äh, nein, weil ich will ja erstmal Bibliothek bauen Äh, die ich mal hier hinbaue So Und hier kann man leider auch nicht vorspulen Aber bei mir kommen sauf Viele Schiffe an Oder die wollen zu dir, ich weiß es nicht Ähm Auf der Insel hier ist kein Gold vorkommen Achso Cool Also wenn euch die Folgen im Multiplier mehr gefallen als, äh Mehr gefallen als, äh, die Singleplayer Lass es mich wissen Ich sollte den Leuchtturm nicht so weit nach außen Ja Ich brauche jetzt einfach hier wild rum Äh, ein, zwei Forschen Alles drei So Ach, ich muss ja erst Sichel erforschen, glaube ich Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie Hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt So wie auch hier Der andere wichtige Geburt wird dieses Ereignis die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen Vielleicht ergibt es sogar Ärger Wie sollen wir damit umgehen, Präsente? Toll Ja, da konnte man sich jetzt noch nicht mal die Option durchlesen Das Spiel hat es einfach entschieden Hören Sie gut zu, ich wiederhole mich nicht Ich habe von einer Geheimwaffe erfahren Die für die Revolution von entscheidender Bedeutung ist Meine Quellen sagen mir, die Waffen ist durchlagender als hunderte Musketen Wir müssen die Entwicklung der Geheimwaffen so schnell wie möglich beginnen Doch zuerst benötigen wir eine weitere Bibliothek Großartige Neuigkeiten Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden Sie passt perfekt zu unseren Hämmern Und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen Gut, Plantagenverbesserung freigeschaltet Aber wir müssen erst mal Plantagen bauen Auf jeden Fall ist es gut So, Bananen Katholische Missionen sollen wir bauen Jemand hat mein Manuskript gestohlen Und unter einem Pseudonym veröffentlicht Eine autobiografische Erzählung von zwei Männern auf einem Berg Die mehr als nur Freunde waren Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogenfeld nicht Jetzt will jeder auf Tropico auf einer Farm arbeiten Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen Man kann doch nicht mal lesen, Alter Oh Ich hab die Farm tatsächlich rumgebaut Guten Abend Unser Suchkommando, also ich, hat die Schaufel gefunden 40 Stück Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um Ich gab sie den Bergarbeitern, damit sie sie an einen sicheren Ort bringen können Zum Beispiel unter die Erde Bergwerk freigeschaltet Gut, wir sollten weiter forschen Und planken Ich glaube Wie kann man Sachen abreißen, Domme? Weißt du das? Das ist über der Straße Achso, ja Danke Okay Ja, ich muss die Plantage nochmal neu bauen Habe ich nämlich nicht mehr vergessen Dass sie ja gedreht werden muss Damit sie eine Straßenanbindung hat Eine weitere Bibliothek Oh Gott, Domme ist wahrscheinlich viel, viel weiter als ich Können wir auch mal irgendwie gucken, dass wir das Hier Ich hab auch Team 1 ausgewählt, Tobi Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber Ja, stimmt Hm, vielleicht sind wir spielen mit dem selben Team Wir wissen nun, wie wir die Mosketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat Man muss den Abzug betätigen Wir mussten einige Felschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte Und verloren darüber einige gute Männer Eine Gruppe schlecht gelaunter Freibäuter ist gekommen, um ihre Schätze zu stehen Nein, Abzug Diese gierigen Piraten haben von ihren großen Reichtümen erfahren, sie werden unsere Häuser Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung Eine Katastrophe Die Revolutionäre verlangen, dass sie den König beleidigen Wir werden dem König ein Geschenk schicken, das ihn außerordentlich beleidigt Großer Freund Großer Freund Großer Freund Quartett Ja, wir sollten mal gerade ein Militär vorbauen Oder irgendwie Wachtürme Ich glaube eher ein Militärfonds So Ähm Wie wird der Tobi ist? Ah, hier Auch So, mitten der Stadt baue ich das hin Und zwei Wachtürme stelle ich vorne hin So Ich habe ein paar Wachtürme jetzt hingestellt In der Hoffnung Dass es nicht nochmal verwandt Die Menschen gesund und stark macht Müssen wir in Tropico doppelt so viel essen Um doppelt so gesund und doppelt so stark zu sein Mehr Geschmack Mehr Schmackes Die Frau Schreit ja richtig In Tropicos Truppen gesünder und stärker als die seiner Majestätin Werden unsere Unabhängigkeit mit leicht gewinnen Okay Jemand muss uns wirklich hassen Ein Tornado ist schlimm genug Aber jetzt sieht es Gleich mehrere Eine Verschwörung Wir haben so eben herausgefunden Wie oft man Seine barmherzigste Majestät hat Oh, oh, Tornado, Hilfe Oh ja, bei mir auch Nein, 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 nein Jedenfalls nichts, was er beweist ist Eigentlich könnte es in Ordnung aus Wo man es dort geht Ich weiß nicht, in welcher Stadt Wieso war ich bei dir in der Stadt? Ich habe eingehende Studien über ihren Verursacher durchgeführt Basierend auf den Ergebnissen Bin ich Moment, das kann nicht sein Hier schon mal der Rest des Berichts Während ich überprüfe, wo ich mich geirrt habe Toll 21 Bürger tot und eine katholische Mission tot Also, bist du kaputt? Bei mir ist nicht kaputt gegangen Wie kann man das reparieren? Ah Technologien entwickeln Technischer Fortschritt passiert nicht von selbst Wissen Sie was? Wie Wie Sie wissen? Muss man eine Idee ausarbeiten Bevor man Zunächst übergeht Zunächst übergeht Wie kann man beispielsweise Nägel entwickeln? Ja, ich tue ja schon mit Technologien Infos Grüße, mein Lieber Ich habe heute einen guten Handel für Sie Als Vertreter der Krone Kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten So, was könnte ich denn hier noch bauen? Ein weiteres Baubüro vielleicht Das Thronjubiläum seiner Majestät rückt näher Als Dank für ein teures Geschenk Verlängert er womöglich ihr Mandat Toll Ich wollte gerade X drücken Das Spiel will mich zu irgendwas zwingen Was ich gar nicht will Die Revolution kämpft für die Freiheit Und nur wenige Menschen sind so frei wie die Piraten Wir sollten uns mit ihnen anfreunden Und von ihnen lernen Sie haben es vielleicht gehört Piraten mögen es sich zu betrinken und Spaß zu haben Wir müssen ihnen zeigen Dass wir auf Tropico ihnen darin Äh, in nichts nachstehen Eine Taverne Muss ja eine Küste platziert werden Taverne Taverne So Oha Und Tobi Hast du schon die Unabhängigkeit erklärt? Nein, noch nicht Ich schon Oh Gott, nein Ich schaue wieder Okay, der Militär rückt aus In der Zwischenzeit könnte ich mir mal Ähm Es liegt nicht an ihnen, Gouverneur Sondern an uns Da ihre Amtszeit zu Ende geht Ordnung hier Steht unsere Zusammenarbeit unter einem schlechten Stern Seine Majestät fragt sich Wer kümmert sich um meine Gefühle und Bedürfnisse? Ich brauch sogar drei Kasernen Ich hab verloren Fuck Ist das Spiel bei dir zu Ende? Nö Toll Ah, fuck Kann ich ihn nachjoinen? Auswählen Oh Kannst mich nicht einladen oder so, gell? Schade Komm mal weiter, ne? Fuck Ich hab verloren Ja Das war's dann von meiner Folge Wir versuchen es dann in der nächsten Eventuell, falls wir das weiter machen Zu zweit Versuchen wir das nochmal von vorne Ähm Ja